Exotische Abenteuer lauern im Tropenaquarium Hagenbeck. Üppiges Grün, farbenprächtige Vögel und quirlige Katters bilden das Begrüßungskomitee für ihre Expedition entlang des Äquators. Im angenehmen Klima der Hamburger Tropen fühlen sich Echsen, Schlangen und Schildkröten wie zu Hause. Im Tropenaquarium Hagenbeck erwartet Sie eine fantastische Unterwasserwelt. Gehen Sie mit einem U-Boot auf Tauchstation mit Rochen, Moränen und Haien. Entdecken Sie die exotische Tierwelt unserer Erde mitten in Hamburg. Sie sind tierisch nah dran.